die super show sechs von jorge ist eine zehn schuss batterie hat eine effekthöhe von 35 metern und eine brenndauer von 25 sekunden kaliber beträgt 30 millimeter wir haben den effekt red stars and white glittering stars und purple stars plus green glittering stars ist extrem heftig auch unter dem namen jw 91 bekannt die gesamten beträgt hier 200 gramm jorge batterien haben ja meistens immer nur eine visco ist ein bisschen schade bei größeren batterien kann es sein wenn die halt falsch eingesetzt ist dass die dann nicht zünden aber gut wir wollen es davon jetzt nicht spielen lassen sondern gehen direkt mal raus und testen die super show sechs von jorge viel spaß dabei so 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 so